Wir beide sind die einzigen Menschen, die wissen, dass Victors Vergangenheit von mir erfunden worden ist. Dafür wurde ich bezahlt. Dominique. Dave. Kann ich Sie sprechen? Ich bin im Badeanzug. Ziehen Sie sich sofort an. Haben Sie nie gefragt, wer er wirklich ist? Nein. Der Befehl, einen anderen Menschen zu töten, wird nicht jeden Tag ausgesprochen, allerdings auch nicht so selten, wie man allgemein annimmt. Sie haben Glück, dass wir zusammenarbeiten. Wer bezahlt Sie dafür, dass Sie mich überwachen? Ich werde doch nicht gleich meine Karten aufdecken. Wie viel? 100.000 Dollar. Was ist in der cloudsen, ich bin da. Untertitelung. BR 2018